Hi Leute! So, es gibt Neuigkeiten. Und zwar werden wir wieder gemeinsam Zeit verbringen, und zwar im Januar, auf einer superschönen Insel. Und was da genau passieren wird, wann das Ganze was für dich sein kann, das möchte ich dir heute dem Video mitgeben. Und ja, lass uns mal direkt rein starten. Es ist nämlich jetzt zwei Jahre her, wo ich den letzten Retreat gemacht habe. Und es hat sich was Schönes ergeben. Und das letzte Mal habe ich den Retreat in Indien gemacht. So, Indien ist weiter weg. Du musst dir Visum besorgen. Wir waren auch nur eine kleine Gruppe. Nur Männer sogar. Und diesmal dachten wir deswegen, okay, näher dran. Die Kanarische Insel. Und zwar auf Gran Canaria. Superschöne Insel. Und da ist auch jemand mit an Bord beim Retreat. Macht den eben nicht alleine. Der schon selber vier Jahre lang auf der Insel gelebt hat. Und dementsprechend können wir da superspannende Ausflüge machen an geniale Orte, geheime Strände, auf dem Gipfel, auf dem Berg meditieren und so weiter. Und ja, haben da auf jeden Fall was Spannendes geplant. Vielleicht erstmal noch vorweg, wann das Ganze stattfinden soll. Also, du kannst mal unten drunter schauen. Auf der Webseite findest du auch nochmal die ganzen Infos detailliert. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du auch nochmal schreiben. Das Ganze wird am 5. bis 12. Januar stattfinden. Auf Gran Canaria. Haben einen superschönen Ort, superschöne Unterkunft gefunden. Werden wir ein paar Bilder hier einblenden. So, schöne Aussicht, ruhig in der Natur. Wir haben auch nur elf Teilnehmerplätze. Und ich will dir aber jetzt nochmal auch grob mitgeben, okay, was dich da erwartet. Und zwar, wir wollen wirklich einen ganzheitlichen Retreat machen. Wo du wirklich auf allen Ebenen auf das nächste Level kommst. Und wo wir wirklich individuell schauen, wo du jetzt stehst. Sei es jetzt mit der Ernährung, sonst wie in deinem Leben, was deine Herausforderungen gerade sind. Und dann gucken wir, wie du dir wirklich in Alltag dann auch. Wir wollen das Ganze nachhaltig gestalten. Nicht, dass du da irgendwie eine Woche gehypt bist und alles super toll und dann kommst du wieder im Leben an und merkst, hey, okay, du kannst das Ganze gar nicht integrieren. Ne, wir wollen schauen wirklich, dass wir Blockaden lösen. Schauen, was für Herausforderungen gerade bei dir da sind und wie du die danach dann auch in Alltag integrieren kannst, Schritt für Schritt. Und darum schauen wir am Anfang gezielt, okay, wo stehst du? Wie gesagt, sei es mit der Ernährung, sei es mit deinen Herausforderungen im Leben. Und dann gucken wir, okay, wie kannst du da hinkommen? Und das Ganze eben aber auch ganzheitlich, weil es kommen auch immer wieder Leute zu mir und sagen, hey, okay, wie folge ich mehr den Dingen, die mich wirklich erfüllen, die was Sinnvolles noch dazu in die Welt bringen? Und ja, irgendwie fühle ich mich so im Hanfstarad gefangen. Was kann ich da machen? Und da wollen wir eben auch drauf eingehen und da wirklich schauen, okay, auf allen Ebenen, wie kannst du gesünder leben? Wie hast du mehr Energie? Wie entwickelst du mehr Lebensfreude? Wie kannst du das umsetzen, dass du dir dann auch Schritt für Schritt ein Leben aufbaust, mit dem du immer zufriedener bist, mit Routinen, die Bewegung eben? Und ja, wo du einfach dieses Wohlgefühl, diese Gesundheit immer mehr spürst, sodass jede Zelle von deinem Körper einfach so energiegeladen ist, du mehr Energie hast, du mit deinen Kindern wieder spielen kannst, du mehr in die Natur rausgehen kannst, dass du wirklich wieder deinem Herzensthemen auch folgen kannst, weil du die Energie eben und die Fitness und Gesundheit und Vitalität und die Dynamik und Lebensfreude dazu hast. Und das wollen wir da wirklich schauen. Und dann wirklich, wie gesagt, individuell dann das auflösen, gucken und dann auch mit der Ernährung irgendwelche Muster, die du vielleicht noch hast. Es wird von der Pflegung her über die Woche hinweg so veganes, vollwertiges Essen mit hohen Rohkostanteil geben. Frühs erst mal ein Frühstücksbuffet, wo du dir geniale Früchte nehmen kannst, von der Insel. Und dann noch Müsli und so ein paar Kleinigkeiten, wo du einfach nehmen kannst. Frühs machen ja eh viele intermittentes Fasten auch, essen noch nicht so bald, aber dass du dann wirklich leicht in den Tag starten kannst. Und die Entgiftung dann natürlich auch in der Woche ein bisschen im Fokus haben, wie du eben deinem Körper dann auch ein bisschen Detox-Programm geben kannst und dann mittags wird es vollwertiges veganes Essen geben, Salate, aber auch eben gedämpftes Gemüse und so weiter, Süßkartoffeln und ähnliches, Genoa, Hirse und abends werden wir auch gemeinsam dann was zubereiten, dass du dir das Ganze eben auch mitnehmen kannst im Alltag, dann daheim, was du wissen kannst, okay, wie kannst du das machen, vielleicht hast du Familie, Kinder, Partner und weiß nicht, wie du es da umsetzen kannst und dadurch, dass wir eben gemeinsam kochen, jeder hat ja auch immer andere Vorstellungen, so andere Vorlieben, Wünsche beim Essen und da schauen wir wirklich, das siehst du dann schon, wie wir es dann in der Gruppe gestalten können, dass jeder auch was von hat, dass sich jeder was Gutes nehmen kann und so kannst du es dann halt daheim auch mit Partner, Familie oder sonst wem umsetzen und da schauen wir aber wie gesagt auch noch mal individuell, wo du mit der Ernährung stehst, was du für einzelne Lebensmittel dann ersetzen kannst und gehen da wirklich tief rein, dass du das Ganze auch wirklich nachhaltig für dich mitnehmen kannst, eben nicht nur einfach so eine Chaka-Motivationswoche machen, sondern wirklich so tief gehen und gucken, hey, wie kannst du das danach integriert für dich und schauen individuell, wie gesagt, egal an welchem Punkt du da gerade stehst und aber auch ganzheitlich. So, also das erstmal so zum Prinzipiell und wie gesagt Gran Canaria, 5. bis 12. Januar, das kannst du dir schon mal merken und kannst dir wie gesagt unten drunter direkt auch ein Ticket dann sichern, schau dir nochmal auf die Webseite die ganzen Details an und wenn du Fragen hast, schreib auch gerne per Mail an kontakt.atobiassteiner.de und dann können wir noch mal gucken, falls da eben noch Fragen da sind, ja, dass wir die noch vorher klären. Und ansonsten diesmal, wie gesagt, nicht alleine, sondern wir sind zu dritt. Svenja und Jonas ist noch mit dabei. So Jonas, habe ich schon angeschnitten, so der hat schon vier Jahre auf der Insel gelebt, kennt sich da aus, kann uns an geheime Strände führen, an, ja, superschöne Ausflugsziele und dort können wir dann eben, ja, auf dem Gipfel zum Beispiel eine Meditation gemeinsam machen und, ja, bringt einfach die Bewegung gegen die Natur raus. So, du kannst mal wieder runterkommen, du kannst dir diese Auszeit nehmen zum Runterkommen, zum Reflektieren, zum Austausch mit Gleichgesinnten, zum Kraft tanken und das dann eben wirklich mitnehmen in deinem Alltag konkret, weil wir da eben die Themen dann besprechen werden und deine Herausforderungen, ja, einzeln anschauen im Detail. Und ja, genau, Jonas ist da eben dabei und er lebt auch schon seit sieben Jahren komplett frei und kann dir dann auch noch mal an die Hand geben. Da können wir individuell auch noch mal reingehen, weil viele, wie gesagt, wünschen sich auch, merke ich auch, kommt immer wieder diese Anfragen, hey, wie kann ich mein Leben zugestalten, dass ich mir mein Herzensthemen folge, dass ich wirklich gucke, hey, was erfüllt mich, was bringt auch was Sinnvolles in die Welt. So, wie komme ich zu einem Leben, wo ich nicht nur in irgendeinem 9-to-5-Job drinnen hock, der mich vielleicht nicht erfüllt und der auch nicht sinnvoll ist, so, der halt einfach nur die Miete bezahlt, sondern wie kommst du dahin, dass du dir ein Leben aufbaust, wo du freier, unabhängiger bist und gleichzeitig eben dein Herzensthemen folgen kannst. Jonas zum Beispiel hat ein Spiel entwickelt, Gaia Legacy, wohl auch immer wieder spielen, so. Und das ist so halt sein Herzensprojekt. Und in diese Themen, dass du da wieder mehr Zeit und Energie hast, wie du dich da eben unabhängig machen kannst und wirklich, ja, was Sinnvolles, was Kreatives oder sonst was in die Welt bringen kannst. So. Irgendwas, wo dich erfüllt, wo du drin aufgehst. Und dann ist Svenja auch noch mit dabei, war jetzt auch schon beim Wandelpur Festival mit dabei und freut mich auch super, dass sie mit dabei ist. So, bringt auch nochmal eine ganz andere Energie mit rein, wenn eine Frau mit dabei ist und sie macht Yoga, bereitet auch Essen mit zu. Sie hat auch die Bilder gemacht beim Festival, super schön, also schaut da auch gerne nochmal rein und eben Yoga unterrichtet, lebt seit, ja, Jahren in der Gemeinschaft Yoga Vidya und, ja, hat da super viel gelernt, bringt da nochmal super viel mit rein. Also schau gerne mal auf die Website, da ist auch nochmal mehr Infos zu den beiden. Und, ja, da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn wir auch zu dritt sind, dich da wirklich eben individuell auch zu unterstützen, dir das mitzugeben, was du brauchst. Und, ansonsten, wenn du noch Fragen hast, schreib gerne mal unten drunter, lass auch einen Kommentar da. So, und jetzt noch das Besondere, und zwar jetzt zu Beginn gibt es fünf Tickets, die vergünstigt sind. So, wenn du also mit dabei sein möchtest, dann solltest du dir unbedingt am besten jetzt direkten Tickets sichern. Die sind eben noch vergünstigt. Und ich habe es aber schon in der Telegram-Gruppe und im Newsletter geteilt. So, ich weiß nicht, wenn das Video jetzt online geht, wie viel von den Tickets schon weg sind. So, normalerweise sollte noch ein, zwei übrig sein, auf jeden Fall. Aber du solltest direkt am besten buchen, wenn du noch ein günstigeres Ticket möchtest. Und vom Angebot ist es eh unschlagbar so. Wir haben da echt geschaut, dass wir da was, richtig rundes Paket für euch zusammenstellen. Und wir haben eine superschöne Unterkunft. Wir haben ein paar Autos, wo wir dann zusammen einkaufen können zu der Zeit und eben Ausflüge machen können an geheime, abgelegene, superschöne Orte auf der Insel. Und ja, das Essen ist auch mit dabei, komplett. Also vegane Vollverpflegung mit hohem Rohkostanteil, eben vollwertige Ernährung, wo dann wieder deine Entgiftung vom Körper unterstützt. Und dann werden wir dir eben ja auch nochmal den Input geben. Und ja, das ist eben alles komplett mit dabei. Und du musst praktisch nur noch den Flug sichern. So Flüge gibt es im Moment auch, super günstige. So, ab 200, 250 Euro findet man schon Hin- und Rückflug. Und du musst dich ja nicht ums Visum kümmern und diese ganzen Geschichten. So Indien zum Beispiel. Oder wenn es wieder weiter weg ist, du hast einen super langen Flug. Plus eben noch Visum und alles ein bisschen umständlicher. So ist wirklich entspannt. Du kannst zum Jahresstart dann eben im Januar da wirklich mit vollem Elan rein starten. Und dann wirklich konkret auch diese Dinge für die Umsetzung für dich mitnehmen. Und nicht nur so dieser Silvestereffekt, wo du dir wieder super viel vornimmst und am Ende nichts ankommt. Sondern da schauen wir wirklich, dass sich das vertieft. Schon in der Woche, dass du die Routinen aufbauen kannst. Und ja, dann mit neuem Elan und neuem Wissen und Erfahrung dann aus dieser Woche, die in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst. Und so 2025 auch für dich zu einem komplett neuen, ja, zu einem komplett neuen Lebensabschnitt machen kannst. Wo wirklich das ein Abschnitt ist, wo ein neuer Lebensabschnitt für dich beginnt. Mit mehr Energie, mit mehr Lebensfreude, wo du auch die Energie hast, um deine Herzenprojekte eben umzusetzen und denen zu folgen. Und ja, das eben mit Gleichgesinnten auf einer superschönen Insel zu starten. Ich denke, es gibt nichts Besseres. Und wenn du da eben mit dabei sein möchtest, dann melde dich gerne. Du kannst dir direkt Tickets sichern. Der Link zur Webseite ist alles unten drunter. Und wenn du noch Fragen hast, wie gesagt, dann melde dich einfach. Schreib uns und dann können wir die Fragen vorher noch klären. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich freue mich, dich dann im Januar zu sehen. Und ja, erstmal noch einen wunderschönen Tag dir. Mach's gut und bis dann. Ciao. 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 Ciao.